3, 2, 1. Willkommen Leute an einem Mittwochabend zu einer Reaktion auf die neue Season, die seit gestern für sieben Stunden gestartet ist. Also der Countdown sieben Stunden bis jetzt. Und ja, lasst uns loslegen. Rein da. Ja. Sieht schon mal alles sehr gut aus. Der Mandalorian Skin. Dann hier ein Ritterskin und Gold. Sieht sich. Die man alle Auge auf den Zero Point hier. Diese Kugel. Und der Waffelmann ist auch am Start. Der Waffelmann macht, was er kann. Als Cowboy. Die Verbindung wird hergestellt. Sie haben's geschafft. Wir leben noch. Ja, aber der Rückpunkt ist ungeschützt. Sie müssen da rein. Ach, kommen Sie. Wir wollen doch keinen weiteren Schnappschuss von mir in der Schleife. Nein. Wir wollen nicht, dass jemand der Schleife entkommt. Gehen Sie da rein und biegen Sie das hin. Verstanden, Ma'am. Schon dabei. Und die Diener dürfen davon nichts mitkriegen. Ja, Mann. Ja, Mann. All right. Jetzt geht's los. Ooh. Up in den Zero Point Mid. Benny. No Skin Benny Auf dem Map Fortnite Season 5 Null Punkt Battle Part Und niemand wird besser dafür sorgen als Sie Menace, der beste Gladiator überhaupt Ernsthaft, der Typ ist unbesiegt Man-Key, der Pfannkuchen aus der Panne des Zolls Und Maeve, weißt schon, nur eine gestaltwandelnde Barbarenkriegerin Bei der Erkundung der Insel müssen Sie Rechnungen begleichen und Kopfgelder abschließen Während wir uns auf die nächste Phase vorbereiten Und wir fangen gerade erst an Ja, es ist aber Okay, das ist cool Das sieht nach einer Menge Kann ich? Ich probier's einfach mal War jetzt gut Na, Digga Nee Lieber nicht Let's go gleich Wow Okay Das ist der erste Skin Der Mandalorian Skin Ist In Meinen Battle Pass Ja, meiner Sammlung Pardon Für den Flex ausrüsten Einfordern Und Hm Wollen wir da mal kurz rein, oder? Video Blödenanzeigen Egal Und so sieht das Ganze jetzt hier aus Und Irgendwas gibt's in einem Item Shop Jeff Scott Cool Naja Naja So weit War ist das Ein Daumen nach oben Und Für euch da draußen Ein Daumen nach oben Auf mein Video In YouTube Und Das soll's gewesen sein An der Stelle An diesem Mittwoch Abend Und Ciao Euer Uhu